Willkommen zu einer weiteren Runde Switch Sports. Heute gibt es ein 2 gegen 2 Duell mit Mazat Feister und Emi. Drei Disziplinen. Wir spielen heute Fußball, Volleyball und Bowling. Wir werden heute herausfinden, wer der krasseste Sportgamer ist, ja? Ähm, wollen wir nicht Golf statt Fußball spielen? Okay, warum? Ich muss dir ehrlich sagen, Fußball ist in dem Game halt echt scheiße. Fußball ist geil. Du willst Golf anstatt Fußball? Ja. Okay, dann machen wir das. Ja! Was ist das? Da ist die da am Tippen. Warte mal, wie laut ist denn deine Scheißtastaturen? Wir losen jetzt offiziell die Teams aus. Feister! Team Nummer 1. Teammitglied von Feister wird... Maluna! Ich hab verloren! Scheiße! Mann! Ja, okay, wir machen das, Emi. Katastrophe. Fangen wir mit Bowling an. Okay. Also los! Also los! Katastrophe, Katastrophe. Jeder muss wieder eures verdienen. Say my name. Spielt jetzt jeder für sich? Genau. Und wir ziehen die Punkte dann zusammen. Fast, 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 fast. Ich hab ein Spare gemacht. Ich auch. Oh! Fuck! Vielleicht doch ganz gut, dass Mazat im Gegnerteam ist, Emi. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Aber ja. Nein, 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 nein. Ja! Ja! Spare! Ich hab auch noch einen. Wird geschrieben, rach dich mal, du Hans-Wurst. Was? Was soll das? Was? Was? Schöner Spare! Ich hab schon wieder einen Spare. Irgendwie gibt's hier doch auch Tricks, ne? Aber ich kann die alle nicht. Was? Was? Oh mein Gott! Wie? Strike! Ja! Emi! Strike back to back. Du kannst nichts gegen mich machen. Oh nein, feister. Emi, wie läuft's? Ich hab ein Strike! Ich hab ein Strike! Let's go, Emi! Ich hasse euch alle. Vielleicht doch keine Scheißidee von Emi mit dem Rolldinger. Was ist hier los? Mein Name, Mazat, hasse dich jetzt mal. Was soll das? Wuhu! Halt's Maul, Tim! Und Wurst! Double Strike, Tim Horus. Emi, Maschine! Ja, Leute, sorry. Ich spiel heute zum ersten Mal. Ich hab's mir tatsächlich heute erst gekauft. Es kommen gleich noch 10 Strikes, Leute. Alles cool. Das ist mein Strike, Baby! Ergebnis! Jetzt muss einer rechnen. Er sagt sieben. Und damit hat Team Easy Emi und Tim Horus gewonnen. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Richtig. Golf oder Volleyball jetzt? Volleyball ist ein geiles Finalgame. Möchtest du das wieder testern? Ja. Ja, ja. Sie war so enttäuscht gerade von deinem... Ich ist sauer. Oh, nee! Ich hab das noch nie gespielt, Mazat. Ich kenn auch noch nicht die Steuerung. Wie viele Strikes hast du gerade gemacht? Ich frage mal. Mazat, ich schwöre auf alles. Ich hab das noch nie gespielt. Okay, okay, okay. Nur weil du es bist. Ich kann dir die Mediamarktrechnung zeigen. Oh, Emi! Es ist ein sonniger Tag. Und diese vier Spieler werden sich hier betteln. Betteln, betteln, betteln. Coach, was ist da erklärt? Ähm, okay. Ihr habt jetzt... Ihr seht unten rechts die Map. Und ganz unten rechts seht ihr die Schläger, die ihr auswählen könnt. Könnt ihr mit den Controller-Tasten auswählen. Das ist eigentlich... Wenn ihr schlagen wollt, dann macht es so, wie ihr euren Arm runterschalten würdet. Dann drückt die obere Taste. Also diese obere Controller-Taste. Dann seid ihr in diesem Modus. Ich glaub, das ist pretty much das, was ihr braucht. Und es kann immer sein, dass der Wind stark ist. Ja, doch. Hä? Also, hast du ein Birdie gemacht gerade? Ja! Oh, Mann, Drecksau, Alter. Also, bei mir ist es irgendwie ganz fatal. Dieses Ding schwabbelt immer zur Seite. Das kommt immer drauf an, wie du dich nach unten ausgerichtet hast, wenn du X drückst. Und dann musst du versuchen, wirklich... Du kannst auch, bevor du schlägst, kannst du nicht die Schultertaste drücken. Dann kannst du selber ein bisschen checken, wie du schlagen müsstest. Ja, ich sehe schon. Das wird jetzt das 1-1 und dann machen wir Volleyball-Finale. Das wird komplett scheiße. Aber warum denn? Ja, ey, nö. Genug Trainingszeit, wir gehen rein. Du hast nicht schon was umgehauen im neuen Zimmer. Nö, nö, nö. Ich hatte nur richtig Lust zu tanzen. Achso. Toller Schlag! Schöner Schlag, um den Tag zu starten. Jumpa! Ich mache ein Hole in two. Oh, feist er schon da vorne. Das ist gefährlich, der Hexentyp. Also, das ist nicht mehr witzig. Ich will keine Testrunden mehr machen. Feist er Hexen? Findest du gut? Wenn sie so aussehen wie Ingame, ja. Ich habe da so einen Witz, den ich erzählen könnte. Ich muss mich hier konzentrieren. Pass auf. Sag die Frau zu ihrem Mann. Ah! Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Sagt die Frau zu ihrem Mann. Oh, mein Rücken tut weh. Ich glaube, ich habe einen Hexenschuss. Sagt der Mann. Das kann nicht sein. Die schießen nicht auf ihre eigenen Leute. Ist das scheiße. Ja, ich kann dem nicht schmerzen fügen, wirklich. Also, bevor du schlägst, kannst du auch... Du musst dich über die Schultertaste sofort drücken. Du kannst ein bisschen selber checken, weißt du? Bevor du raufhaust. Das ist nicht normal. Okay, Limit erreicht ist crazy. Emmy hat auch Limit gleich. Ich kann mich auch nicht mal mehr drehen. Ja, Schere. Komm, ich haue jetzt einfach. Gute Frage. Emmy, du musst jetzt ganz vorsichtig, okay? Entspannung, Entspannung. Sei bloß vorsichtig. Ich spring im besten Fall den ganzen Arm von hinten nach vorne. Nein, 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 nein. Hör nicht auf, Feister. Er ist der Imposter gerade. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Warum hörst du denn auf ihn? Ich setze mich auf den Druck. Nein! Ich glaube, du hast noch einen Versuch. Komm, 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 bitte, 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 bitte. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich das neunmal... Hallo, Limit. Gleichstand. Ausgleich. Wenn ich jetzt schneller als Feister bin, dann gewinnen wir Emmy. Nein! Oh, nein. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Du Gott, ich hab die Runde gechokt. Ich schock jede Runde. Oh. Oh, shit. You got this. Ja! Ja, 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 komm, komm, komm. Er ist drin, er ist drin, er ist drin. Diese Runde hab ich Feister besiegt und Maluna hat Emmy besiegt. Oh, huge. Boah, was? Oh, nein. Bruh. Baumtreffer ist crazy. Feister, das wird hier wieder so ein Ding, ne? Ich mach jetzt rein, Digi. Will den nicht. Tipp. Oh. Oh, scheiße Sand. Ha! Oh! Das zieht dir. Ich glaube, ich bin das absolut nicht richtig. Emmy, du schaffst das. Sei der Schläger, Emmy. Emmy, sei der Schläger. Sei der Schläger, Emmy. Das war ein bisschen zu doll, aber das war mit Motivation. Ich versuche mich jetzt zu konzentrieren. Denk dran, das geht so ein bisschen schräger, ja? You can do this. Oh, scheiße. Das ist zu doll, du musst mehr Gefühl in den Schlag bringen. Gefühl. Retox hätte ich schon reingemacht, hätte es nichts gesagt. Ist wirklich so. Ist eigentlich mir auch grad die ganze Zeit. Ja, ja. Hey, ich geb auf. Kann man aufgeben? Mit Gefühl. Wenn du Tricks, hättest du ihn reingemacht. Mach's. Nein. Hä? Oh, nein. Feister, bitte, bitte, bitte. Choke, 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 choke me like you hate me, but you love me. Low key, wanna date me. Ja! Warte mal, es bringt gar nichts, wenn ich erster bin, ne? Weil es geht nach Schlägen. Schön, Mazzard. Äh! Ja, wir nähern uns der Geschichte. Seid ihr alle schon fertig? Ja, ja, wir gucken dir nur zu jetzt gerade. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, also das ist doch wirklich... Handgelenk, Emmy, Handgelenk. Okay, ich mach jetzt mit Gefühl. Ich geh voll mute. Es bringt gar nichts. Doch, guck mal. Oh, schön. Guck mal, was passiert, wenn du nichts sagst. Och. Doch, doch. Warum bist du da vorne, Feister? Katastrophe. Jeder muss die Euros verdienen. Du kleiner Dreckslauer. Ich hab nur die Hand bewegt. Mein Controller ist kaputt. Was? Wie ist die Stimmung so? Ich hab's. Oh, mein Gott, ey. Das ist ein Krampf, das Game. Es macht so Spaß, Leute. Es macht so Spaß. Es macht richtig Bock. Ich hab's. Ran machen. Emmy ist im Bunker. Scheiße, ey. Katastrophe. Jeder ist ja eures Verdienst. Say my name. Say my name. Say my name. Heißt du hast dich in... Du hast dich in G-Up verliebt. Mach mein Ding. Mach mein Ding. Gefühle sind frei. So, Video, Katastrophe. Oh, oh, oh. Das ist, glaub ich, eine Droge. Ich liebe dich. Wir haben auch keine Ahnung. Davon distanzieren wir uns. Wehe, du machst das nicht mit Gefühl, Alter. Ja! Plus, minus, null. Mach das mal nach, Feister, Alter. Ich hab's nachgemacht, Digga. Ich will ja nicht der sein. Ach, scheiße. Also, ich hab hier ein kleines Problem. Schön, ganz bisschen. Ein bisschen antippsen. Got a boogie. Oh Gott, sie holt aus wie die... Oh Gott. Tim! Also, wirklich. Ich kann nicht. Ich kann so nicht spielen. Also, Tim, also, Tim. Heute bist du auf Krawall aus. Heute bist du die Urgewalt. Richtig. Ihr kriegt das hin, komm. Ist eh schon... Oh Gott. Wirklich. Ganz viel lieber an Emmy. Ne? Aber was soll die Scheiße? Ach, scheiße. Mit ganz viel Wind jetzt. Raff. Raff. Okay. Neee! Ich bin schon drauf. Schön, ich auch. Bei mir ist ein Wasser. Ich auch. Du auch. Ja. Das nenn ich mal Karma, wirklich. Du dummes... Du dreckige Dreck-Sau, Alter. Wirklich. Ja, ich find, Sport bringt einen richtig zusammen. Das ist toll. Ja, Sport vereint. Wir stehen endlich mal, nachdem wir acht Stunden am PC saßen. Das ist das Einzige, was wir hier machen. Ja, Mann, ich stehe. Und damit... Sitz du! Nein. Ich will mein Team-Mate wechseln. Ich glaub, ich brauch Nachhilfe in Golf. Das geht so nicht. Nicht nur in Golf. Okay, dann gehen wir zum nächsten Mal. Oh, Ken, Ken! Danke! Hä, Bruder, was ist hier los? Scheiße, ne? Drei und drei. Boah. Das ist so respektlos. Okay, Finale. Ist doch alles drin. Oh, mein Gott. Warte ab. Minus null. Ich glaub schon. Der Schlag im Golf. Na, also in drei. Mama. Ich hab ein großes Problem. Ich weiß nicht mehr, wer wie viele Punkte hat jetzt. Mann, wir haben gewonnen. Okay. Das ist ein klares Ding. Ich will nicht der sein. Alles klar, Team Feister und Buzzard hat gewonnen. Im Edit einmal kurz noch mal nachzählen, ob das wirklich so ist. Yes. Eigentlich ist das wirklich wie im echten Volleyball, Emi. Noch nie Volleyball gespielt. Oh, mein Gott. Ganz einfach erklärt. Der Ball wird zu euch rüber gespielt und die Person, auf die der Ball gespielt wird, du musst, wie es da auch aussieht, so nach unten in die Knie gehen und dann so nach oben hitten mit den Armen. Und Schlag. Genau. Es ist eigentlich selbst... Und da hättest du jetzt den halten müssen. Ich war noch so überfordert. Wenn du schlagen willst, musst du erstmal den Controller so hochziehen und dann hauen. Checkst du? Nee, check ich gar nicht. Ich check gar nicht. Ist das die erste Runde jetzt oder im Training? Das ist die erste Runde. Oh nein. BAM! So, jetzt aber... Muss ich mich bewegen auch? Kannst du, kannst du, ja. Ach so. Hochspringen! Ja! Hochspringen! Hochspringen! Ja! Hochspringen! Köln! Oh, du bist spät als die A-Rang-Atzen. Bum, bum, bum! Und hochspringen, hochspringen! Nein! Ja! Tamm! Wir waren voll gut, Emi. Ich bin voll stolz auf dich. Das war grad richtig geil. Wirklich. Hinte! Auf. Delayed! Komm, Emi! Ja! Und hochspringen und bam! Weiter so, weiter so, Emi. Kriegerin! Kriegerin! Erste Runde! 1-0 für die anderen. Da kommt der Komet jetzt um die Ecke. BAM! Die machen jetzt was Freches! Kommt! Ja! Das ist was Freches! Und BAM! Oh, schade! Sehr schön! Feistbar! Das war so close! Dafür bin ich da mit dem Blocki-Mocki. Das war so close! Oh nein! Oh! Ja! Schade! Oh, schade! Oh, schade! Oh, let's go! Ja! Emi, du bist ne Königin! Oh, scheiße! Ja, GG, Leute! Wir können, wenn wir jetzt dreimal hintereinander gewinnen, gewinnen. Kurze Motivations-Talk. Emi. Du und ich. Pass auf. Wir müssen dich aus dieser Spirale rauskriegen, der Negativität. Wir können das schaffen. Du hast wirklich stark gespielt. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Du hast intuitiv wirklich richtig gut gespielt. Reset, Emi. Wir können das wirklich schaffen. Eine Runde für die Ära. Wäre doch krass, Alter. Wirklich. Egal, was passiert. Wir schaffen das. Wir sind ein geiles Team. Ich hab das. Ich hab das. Let's go! Tim und ich haben uns besprochen. Wir geben auf. Macht euch gefasst, ihr da drüben, ihr. Ihr Blöden, Alter. Wir kommen jetzt mit dem Ball rum. Die blockt gleich. Die blockt wahrscheinlich. Jo, Jo, okay. Emi, komm, komm, Emi. Ja. Emi, nochmal. Nee, scheiße. Oh. Nee, ich war, ich war, ich war. Stark. Oh mein Gott. Emi, Emi hoch. Und bam. Neun, fünf. Spielende. Ja, ey, war witzig. Ey, war witzig. pex... Emi!!! Vorwisig. Emiac. Emi. Jah& Vielen Dank.